Entdecken Sie die Bambusmassage von Hafner IPS, Wellness und Beauty und Fulsini. Die Fulsini Bambusheiztasche wurde speziell für die Erwärmung von Bambusstäben entwickelt. Die Heiztasche bietet Platz für genügend Bambusstäbe für eine Ganzkörpermassage und ist dennoch leicht und für einen mobilen Einsatz geeignet. Die integrierte Heizung kann einfach an einer Steckdose oder an einem Zigarettenanzünder angeschlossen werden. Das macht den Einsatz einfach und sicher. Die eingesetzten Bambusstäbe werden in Südasien geerntet, unter heißem Dampf gepresst und in Form gebracht. Die soliden Stäbe sind das ultimative Werkzeug für Therapeuten und Spa-Profis. Diese fernöstliche Behandlungsmethode vermittelt ein herrliches Gefühl von Leichtigkeit und tiefer Entspannung von Körper und Geist. Die runde und glatte Struktur der unterschiedlichen Bambusstäbe machen diese zu besonderen Massageutensilien, die viele positive Sinnesempfindungen ermöglichen. Die warmen Bambusstäbe werden in rhythmischen Bewegungen, mal sanfter, mal fester, über den Körper gerollt und lösen dabei die Verspannungen im Körper. Durch den Einsatz von Knet-, Trigger- und Hebeltechniken kann der Therapeut auch tief in die Muskulatur vordringen. Die eingesetzte Wärme unterstützt die Behandlung und macht diese zu einem ganz besonderen Erlebnis. Kontaktieren Sie uns noch heute und Sie werden entdecken, wie die Bambusmassage Ihr Dienstleistungsangebot erweitern werden.